Mein Name ist Petra Sandner und ich arbeite als Kundenbetreuerin in der Transportfinanzierung. Ich bin vor zwölf Jahren zu Helaba gekommen, zu Anfang in der Flugzeugfinanzierung. Das war damals ein neues Themengebiet für mich, aber die Helaba hat mir die Chance gegeben, mich dort einzusetzen. Und ich habe mich in das Themengebiet, aber vor allem auch in das Team, sehr gut eingefunden. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Mir gefällt besonders gut an meiner Arbeit bei der Helaba, dass ich zum einen mich in meinem eigentlichen Thema weiterentwickeln kann, gleichzeitig aber auch in neue Themengebiete mich einarbeiten kann, an Projekten mitarbeiten kann, Dinge voranbringen kann und dass das, was ich einbringe, auch wirklich gesehen und genutzt wird. Das Arbeitsumfeld ist sehr abwechslungsreich. Bei der Arbeit an neuen Themen und Projekten bekomme ich auch mal die Möglichkeit, ins kalte Wasser zu springen. Das möchte ich gern positiv hervorheben. Nach meiner zweiten Elternzeit hatte ich die Möglichkeit, in einer wichtigen Phase der Helaba mitzuwirken. Die Übernahme des Railportfolios eines renommierten Players in der Transportfinanzierung. Und hier war ich in der Projektleitungsrolle verantwortlich für Migration und Closing des Projektes. Es haben sehr viele Bereiche dabei mitgewirkt. Es war ein übergreifendes Projekt, sehr komplex. Aber alle Bereiche, alle Kollegen haben am gleichen Strang gezogen, haben sich eingebracht und die Kommunikation im Projekt war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben es am Ende erfolgreich abgeschlossen, was mich sehr gefreut hat. Nachhaltigkeit liegt mir persönlich sehr am Herzen. Seit kurzem verstärke ich die Leitung des Helaba Sustained Nachhaltigkeitsprogramms. Und das muss ich sagen, ist wirklich ein Herzensprojekt für mich. Wir wollen hier die Helaba als Ganzes, die gesamte Gruppe, transformieren, weiterentwickeln in Richtung Nachhaltigkeit. Gleichzeitig aber auch möchten wir natürlich unsere Kunden auf dem Weg in ihre eigene Transformation positiv begleiten und unterstützen. Nachhaltigkeit an sich ist in der DNA, der Werteorientierung der Bank, schon angelegt. Wir möchten aber darauf aufbauen und diesen Ansatz weiter anreichern. Durch die Arbeit in Projekten ist es so, dass man sehr viele verschiedene Abteilungen und auch Bereiche kennenlernt. Dadurch auch kennenlernt, was in anderen Abteilungen und Bereichen passiert. Auch mal die Perspektive wechselt und nicht zuletzt ganz viele interessante Menschen in der Bank kennenlernt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Helaba klappt sehr gut. Es ist wichtig, dass man selbst, wenn man herausfordernde Aufgaben oder Projekte übernehmen möchte, auch dafür zur Verfügung stehen muss. Auf der anderen Seite ist aber auch die Helaba so flexibel, sich auf die Person einzustellen. Und wenn beide Seiten das gut miteinander vereinbaren können, sich auf eine flexible und gute Zusammenarbeit einigen, dann klappt das. Und das finde ich prima. Und wer das alles interessant findet, am besten jetzt bewerben.